Martin Rittlinger und hat noch einen Bruder, der ist im 29er geboren und wir zwei haben so beschlossen, wir wollen Musiker sein in der Familie. Na, es hat Glück, meine Eltern haben gekauft und seine Ziege, Harmonika und mit der haben wir einen Umfang zu spielen. Und vier, fünf Jahre haben wir gespielt, noch hat es sich gelohnt. Na, es gibt vielleicht doch Musikanten, noch haben sie uns beigeholfen und unsere andere Stimme gekauft, noch habe ich gelernt. Und so habe ich und mein Bruder das ganze Lebenslauf durchgemusiziert. Und jetzt bin ich stolz, dass ich heute hier mit so einem diatonischen Knopfharmonikon weitermachen bei euch in... Tod war schon. Tod war schon, ja. Dankeschön. Musik Amen. 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 Amen.